Hallo, hier spricht Tom Bent. Willkommen zu meinem neuen Album Kehr Wieder. Es beginnt, was ihr im Hintergrund schon hört, mit meiner Interpretation von Grönemeyers Mensch und endet hintendran mit meiner Interpretation von Stoppax. Wie tief kann man sehen? Wir hören uns. Wir hören uns. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand ist leid, ohne Grund, ohne Verstand. Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und das ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Und das ist... Der Tag war lang und trübe und geht zur Nacht, wirft seine Schatten ins Gesicht, dieser Gegend, die selten lacht. Doch sogar Beton sich rot verfärbt, wenn der Sonnenuntergang in die Stadt einkehrt. Musik Musik Sie hörte sanft ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Musik Und spürt doch diese Sehnsucht und wusste nicht, wonach, weil sie einsam war. Musik Komm, wir trinken auf den Regen und warten nicht erst auf den Schnee. Musik Lass uns irgendwas bewegen, denn es soll noch weiter gehen. Du sagst ein Leben, eine Liebe, ein großer Wunsch, große Gefühle. Musik Und unterwegs, wieder mal auf und davon. Musik Der Weg, von dem ich komm' Die Reise führt uns irgendwo. Wir bleiben niemals stehen. Ja und eine... Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Solange ich denken kann Und er zieht seine Kreise durchs Revier Kehrt bei uns ein, so dann und wann Er macht nicht viele Worte Der Mann im Radio sagt, dass ein Tief zu uns zieht Sieht mal wieder nicht sehr sonnig aus überm Ruhrgebiet Ob er sich wohl vorstellen kann, der gute Mann da im Radio Wie's hier aussieht Ich sitz in der Küche und denk drüber nach Das Glas, das ich schniss, der Satz, der mich traf Dein trübes Gesicht im Dämmerlicht Die Tief kann man sehen Ich sitz in der Küche und denk drüber nach Das Glas, das ich schniss, der mich traf